Starten wir diesen Abilitycube-Kalender mit meinen guten Freunden NormaloTV. Udo und Gerald betreiben einen sehr professionellen YouTube-Kanal in Deutschland. Und sie interviewen Menschen mit Behinderung und bringen diese Interviews in voller Länge. Sie holen sich behinderte Promis vor die Kamera. Ich war auch schon mal vor ihrer Kamera. Dann machen sie auch noch News rund um Behinderung und sie stellen Hilfsmittel vor. Alles in allem super coole Typen, ich habe sie sehr lieb. Ihr findet sie auf YouTube, Instagram und Twitter. Ich kann nur sagen, reinschauen lohnt sich.